Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von The Last of Us Ihre Laden gerade neu Ich habe gut gegessen Bei mir gab es Burger Bei mir gab es Burger, kennt ihr das? Ich muss zugeben, ich habe es Braves Mädchen Ähm Hey Ali, das mit dem Peer tut mir leid Wollensohn Oh du Arsch Äh, oha Äh Kennt ihr das? Also wisst ihr was mein Problem ist? Ohne Scheiß Und zwar mein Problem ist Ähm Ich hatte jetzt das Hackfleisch, okay? Das hab ich gehört Und zwar das Hackfleisch habe ich jetzt am Samstag gekauft, okay? Da steht 13 oder... auf jeden Fall 13 oder 14 oder irgendwas stand da drauf Okay Das Hackfleisch war schon zur Hälfte irgendwie verdorben Ich weiß nicht warum Einmal Du bist nicht infizit Ich seh dich Oh, ich brauch die Schlüssel Hallo, Ali Einmal vor einer Woche Hmm, circa oder vor zwei Was ist das, Ali? Ich muss zugeben Ich hab's dir ge- Uups Ich hab's dir ge- Digga, das ist echt anstrengend, dass ich nicht mal meine Geschichte hier zeigen kann Auf jeden Fall hatte ich das Problem Auf jeden Fall hatte ich das Problem Auf jeden Fall hatte ich das Problem, dass Und so hatte ich das Problem, dass Ich hatte das Ding, hatte ich zwei Tage drin im Küchschrank Okay, hatte ich mal einen Tag Jetzt war das schon braun Na, am nächsten Tag waren beide Hackfleisch Beide Hackfleisch komplett braun So, als wären die komplett kaputt Und Ich seh dich Das war gut, Kleine Alles kommt in Ordnung Du überraschst mich immer wieder Wenn du aufgehst, wird es kurz und schmerzlos Gerne Wie du willst Sag aber nicht, ich hätte dich nicht gewarnt Weißt du, da bist du Lauf, kleines Häschen, lauf Scheiße Eins ab Da bist du ja, Ellie Als ab, Digga, das war ich dir immer aus Warum auch immer Als ab, Digga Ich habe ihn doch erwischt Ich habe ihn doch Ich habe ihn doch Grazie. Huh? Was hat er klar gemacht? Da vorne ist Glas. Da bist du ja. Da vorne ist Glas. Da vorne ist Glas. Da vorne ist Glas. Da vorne ist Glas. Und? Hä? Seltsam. Da vorne ist Glas. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Außer deine Mutter. Die Schlüssel? Vorsichtig. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart. Ich brauche die Schlüssel. Totz. Weiß der Typ nicht so? Nein, da ist David. Das ist Sally. Ich muss zugeben. Ich hab's dir geglaubt. Brahe. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns ablehnst. Da bist du ja, Ellie. Ich seh. Aua. Oh nein. Von vorne. Shit. Du bist nicht infiziert. Ihr zerkämpft so hart um mein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben. Ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Mein Sohn. Ganz ehrlich. Ich hoffe. Hier an der Stelle speichern, wenn ich schleicht, wisst ihr? Oh nein. Oh nein. Ja. Graves, Mädchen. Verdammt. Der ist gut, Mann. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Geh nach rechts. Geh nach rechts. Wolltest du zugeben? Ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Da bist du ja. Als ob der nicht zählt, Mann. Decker, jetzt kriegst du den schon von hinten und dann angeblich so'n Scheiß. Du bist nicht infiziert. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Oh, hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Das war gut, Kleine. Alles kommt entlang. Tod's. Steakhouse. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Nein, rauf. Oh, shit. Digga, der hing mir am Arsch. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um mein Leben. Seit 10 Minuten kämpf ich drum. Oh, ich brauche die Schlüssel. Das gibt's doch nicht. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich... Hallo, Ellie. Hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe... Ha. 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 Nichts genau Spiel, Digga. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Ich seh dich. Digga, dieses Spiel gönnt einfach nicht. Nicht mal den ersten Schlag gönnt die mir mehr. Du bist nicht infiziert. Das ist doch unfair. Ja. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Da bist du ja, Ellie. Als ob er mich gesehen hat. Als ob er mich gesehen hat. Du bist nicht infiziert. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Das ist eh die schwerste Stelle im Spiel. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Oh, du Arsch. Ich seh dich. Nein, du konntest mich gar nicht sehen. Nein, du konntest mich gar nicht sehen. Überhaupt nicht. Nicht mal halbwegs. Nein. Du bist nicht infiziert. Der Geil, mir geht langsam die Stelle auf den Sack, Alter. Ja, halt deinen Maul, Alter. Gleich stumm stellen den Trottel. Das ist jetzt, Ellie. Ich muss zugeben. Das hab ich gehört. Da bist du ja. Das wird in der Fall ein mà Aleister nicht. Danke. Ach, ich bin ja, dass ich jetzt schon nicht die Zienkart. Ich bin ja nicht. Das war ja nicht so. Oh, das war ja nicht. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Oh, du Arsch. Hallo, Ellie. Nein, du hast mich nicht... Er hat mich nicht... Er hat mich nicht mal... Nein, das ist unfair. Nein, hat er nicht. Einen Dreck hat er. Nein, das ist doch verbuggt. Er will mich nur sehen. Er kann mich nicht sehen, aber er kann mich sehen, bevor ich komme. Er kann mich sehen. Das macht doch keinen Sinn. Sogar keinen Bock mehr, echt. Wie viel? 85 Prozent, ja, kommt gut hin. Danach gibt es ja nur noch zwei große Stellen, weil dann ist ja eh vorbei. Danach spielen wir nur noch... Ähm... Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Danach spielen wir schon DLC eigentlich. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Da bist du ja, Ellie. Ach ja. Angeblich sieht er mich. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Ich seh dich. Endlich. Nichts genau spielen. Alles kommt in Ordnung. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu schade. Hallo, Ellie. Braves, mate. Nein, er hat mich nicht gesehen. Nein, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Ich war unten und er konnte mich gar nicht sehen. Das macht keinen Sinn. Dieses Spiel macht keinen Sinn gerade. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Deckstelle. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Da bist du ja. Da bist du ja, Ellie. Hallo, Ellie. Wenn du aufgibst, wird es kurz und schmerzlos. Ja, du kannst mich mal. Ich... Lauf, kleines Häschen, lauf. Braves Mädchen. Da bist du ja. Da bist du ja, Ellie. Immer dieses Verbacken, Mann. Warum verpackt das immer? Das ist doch ein Kampf. Dieses Spiel gönnt dir gar nichts. Gönnt dir das Spiel. Hauptsache, es kann verbacken und abfucken. Ey, Alter. Nichtsgönner-Spiel. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter. Ein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Oh, hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Überrascht mich immer wieder. Aha. Nein, nein Du bist nicht infiziert Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben Ich brauche die Schlüssel Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben Ich habe es dir geglaubt Da bist du ja, Ellie Ja, nee, ist klar, Digger Jetzt muss ich einen Cut machen Weil der Horn so nicht zu besiegen ist, angeblich Wir sehen uns im nächsten Part